Ja, einfach hier wie so ein Rasierer einfach mal durchschwingen oder was? Wollen wir eine Batchett irgendwie hierhin zum spotten, gucken was sie tun, eine hierhin, ne zwei dahin, ja ne eine Batchett hierhin, zwei hierhin und der Rest fährt einfach nach A0 durch. Ja, dann würde ich sagen Koma dahin und wir Ren und ihr da. Ja, und die die oben gespawnt sind, sind halt einfach unloko, maloko. Ja. Ich hab die Kleine gar nicht, ich kann sogar rüber snipen, Lull. Gehen von 0 bis 10, wie betrunken bist du? Ähm, 12. Okay. Schon heute, schon wieder soweit? Mhm. Mhm. Schön. Ja. Ich mein, wir haben Samstagnacht, also wir werden ja alle oben spielen. Ja. Die E7 der AP kann uns halt hier... Ja, wir können jetzt halt hier komplett ausschwärmen im Süden und die ganze Map Control nehmen. Was ist Back to Base? Hier? Oh, also hier. Ja. Ja. Was ist sogar gut für uns, wenn wir die komplette Map Control haben. Oder so hier, hä? Wenn wir die jetzt noch haben. Ja, ja. Müssen einfach irgendwelche Leute hier hinbringen. Da ist doch EBR. Na gut, ein Tiet auf EBR. Da ist bei mir eine Batschette da oder so. Ja, zieht mal eine, genau, zieht mal eine da hin zurück. Und irgendwie zwei, drei Leute von denen hier müssen hier runterziehen. Wie viele Leute sollen da hinziehen? Deine Meinung nach? Drei? Zwei, drei. Okay, dabei. Und ich mach das hier safe gegen den EBR. Ja, geht den am besten als erstes mal an. Uh, sicher. Pfff. Eieieiei. Ich hab den Doppeltrack in den 140. Ich bin spottet. Ich krieg den raus, den 140. Ich hab die. Stellt euch jetzt mal hier. Ey Jungs, stellt euch hier hin und snap den Shit ab, wenn die zurückkommen. Ja, drei Schuss. Ich geh auf den EBR. Bin wieder spottet. Oh, da hab ich Ziele. Oh, die sind gute Ziele. Was? Oh, Koma. Haus 3. Kannst du das E3 nochmal spotten? Kannst du das E3 nochmal spotten? Können wir nicht schnell mit drei Mann in Cap gehen? E3 kurz nehmen vielleicht? Track auf E3. Ähm. Wir haben ein bisschen Probleme mit unserer eigenen Rays. Können wir triple cappen? Ja, ja. Ich geh schon in den Xtreme. Komm rein. Nehmen wir mit HP vielleicht hochfahren, dann geh ich. 400 hab ich gekriegt. Ich hab kein HP mehr. Ich geh nur mit meinem Spiel. Ja, alles klar. Irgendwie flappert. Ja, alles klar. Ich hab noch drei Schuss, dann geh ich mir gegenwerfen einfach. Ich hab mal den E3 gedoppeltrackt. Oh, der soll auf mich schießen. Ich hab noch acht. E3 hat. E3 hat. E3 hat. E3 hat. Oh, easy. Ich geh hoch und geb einfach dem E3. Oh, fuck, Alter. Was ist denn hier los? Oh, Jungs. Ihr seid auch raus auf dem Cap? Das ist schlecht. Ne, ne. Alles gut. Alles gut. Wir gewinnen bei uns. Ich hab mich jetzt einfach weggeschmissen, weil ich dachte, drei Mann Cap. Alles gut. Wir gewinnen. Ja, den E3 gehen. Alles gut, Alter. Wir gewinnen hart. Guck mal, ich komm mal. Der TVP hat nicht geschafft. Ich kann jetzt den Mondfort. Häcki, seine Trades sind fast so gut wie beim Plague gerade, Alter. Unterirdisch. Wer bist du? Oh, fronted. Alter. Alter. Der Style sieht geil aus. Was ist denn das für einer? Äh, dieser Damaskus-Gel. Warum ich den nicht? Weiß ich nicht. Bei einer Kampagne. In irgendeiner Kampagne gab's den. Das sieht wirklich geil aus. War das die letzte Kampagne sogar? Was war die letzte Kampagne? Ja. Mach der denn? Ich geh jetzt in den TVP-Ram. Ramm. Nice, nimm mit. Ah, schön Junge nicht. Ah, 26. Ich hab hier zu wenig. Mal gucken, wie weit wir hier fliegen können. Ja nicht, Ramm. Ja. Naja. Ich wollte schon sagen, du überlebst es. Oh, oh, blub, 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 blub. Oh, Teamkills, Jungs, Teamkills. Ich muss los, Bruder, ich muss los. Kill Blue. Kill Blue. Kill the Blue Boy.